Nix. Dieb. Leer. Wo ist das ganze Zeug hin? Was ist das? Altes Manifest. Viele Schätze. Oh, schicke Klamotten. In deiner Uniform. Du warst eine Wache, oder? Gute Arbeit. Was zum Teufel ist hier passiert? Gute Frage. Was, wenn nichts von dem Schatz übrig ist? Sie haben alles für Marmorböden ausgegeben und die Siedler finden raus, dass ihr Geld weg ist und sind sauer. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht. Captain Avery. Ich hab was gefunden. Unglaublich, dass der Brief noch intakt ist. Na ja. Nathan, hier drüben! Hallo. Ah, noch eins. war das auf den Regalen? War das auf den Regalen? War das auf den Regalen? Nichts. Nada. Nate, sieh dir das an. Was hast du da? Libertar ihr Geld. Da ist Avery Siegel drauf. Mhm. Er hat das Gold geschmolzen und eigenes Geld geprägt. Das heißt also, all die Manifeste in den Regalen. Der Schatz war hier. Ja. Stellt sich nur die Frage, wo ist er jetzt? Okay. Wir wissen, dass draußen gekämpft wurde. Ja, und dann drin. Glaubst du, die Siedler haben ihn gestohlen? Nein. Ich glaube, sie haben ihn sich zurückgeholt. Schau. Da ist Avery. Two. Die Gründer von Libertaria. Alle markiert mit dem Wort Dieb. Nicht Mörder. Nicht Tyrann. Dieb. Also war der Schatz schon verschwunden, als die Siedler herkamen. Ja, weil diese Typen ihn sich schon geschnappt hatten. Pirat bleibt Pirat, stimmt's? Ja, Pirat bleibt Pirat. Ich weiß, wo er ist. Was? Wo? Das ist seine Karte. Ja, da oben. Das ist das Schatzhaus. Eine Karte von Libertaria? Genau. Jetzt folge ich auf die andere Seite der Insel. Genau da. New Devon? Also, wie kommen wir da hoch? Okay, bereit? Okay, das war schon eins. Zwei. Den Kronleuchter hochziehen. Okay, geht. Hm. Denkst du, oder? Sieh es einfach als Kompliment. Dann. Okay, das sieht sehr fielvoll aus. Oh, gut gemacht, Tatsam. Oh, sorry, Kondent. Baldrige. Was? Du trittst auf Baldrige. Okay, mal hoch. Ein Wunder, dass die Treppen unbeschädigt sind. Hey, hey, hey. Schrei es nicht. Ich hab's ja gesagt. Nezen, siehst du den Sturm? La. Lä! Ich hab's ja gesagt. Ah! 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 Oh, Mann. Nathan! Nathan! Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass du dich abgestürzt bist. Was ist da? Ganz schön aufgeregt. Kann ich helfen? Aber sicher doch. Na los, fertig? Fertig. Na gut, ich hab hier was. Hey, Vorsicht. Wo? Na los. Was für ein Ausblick, hm? Da ist es. Auf der anderen Flussseite. Was hältst du davon, die Reichen zu beklauen? Hey, ist da unten ein Weg? Nur zu sagen. Los. Was glaubst du, wie lange brauchen wir bis New Devon? Ein paar Stunden. Kommt drauf an, wen oder was wir unterwegs treffen. Ist das alles? Oh, was ist das? Oh. 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 Oh, was ist das? Oh. Ich bin hier unten! Stop! Wo bist du? Ich bin hier unten! Komm schon! Mach auf! Der Fluch war das Glatt! Irgendwas sagt mir, dass sie genug von uns haben! Wirklich? Wie kommst du denn darauf? Hier runter! Schnell! Nicht warten! Geh! Nathan! Nathan! Steh auf wir müssen weg! Wir müssen weg! Stehen! Scheiße! Scheiße! Ah scheiße! Schnell! Ach zu... Dann zähle rein! Geh mit! Geh mit! Seh! Ach so! Der Hörl, nach hier! Lauf! Lauf! So is it? Lauf! Hey! 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 Okay! Ready, Sam? Hey, Sam, do it! Hey, Sam, do it! Hey, Sam, do it! No! Okay, off a nose, Sam! Hey Nadine, schön Sie wiederzusehen. Au, okay, Mango, Mango. Was soll denn das heißen? Au, das ist mein Safe Word. Sind Sie immer so ein Klugscheißer? Wenn ich in Form bin? Ja. Sie und Ihr Bruder haben sich als die besseren Schatzjäger auf dieser Insel erwiesen. Schade, dass wir Gegner sind. Warten Sie, das können wir noch ändern. Nimm Drogen. Ich habe genug von dieser Insel. Ich habe genug von Ihrem Bruder. Und ich habe genug von Ihnen. Oh nein, das wird nichts. Das ist mir nicht. Das ist mir nicht. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Es ist mir einfach nach oben. Na, halt durch, Sam. Ich komme. Was ist das denn? Hütt ihn! Hütt ihn! Hütt ihn!